Mobilpunkte sind ja eine Bremer Erfindung, die ersten wurden gemacht, 2003, und sie bringen eben das Carsharing in den öffentlichen Straßenraum. Das war damals eine große Innovation, rechtlich unklar, mittlerweile ist das alles geklärt. Und Carsharing im öffentlichen Straßenraum ist halt der Schlüssel, um überhaupt in diese engen Quartiere reinzukommen, wo Carsharing im privaten Raum außerhalb des öffentlichen Straßenraums einfach nicht möglich ist, weil kein Platzangebot da ist.